Berühren Kein so liebevolles Wort ersetzt eine liebevolle Berührung. Der Körper sehnt sich nach Berührung. Durch die Berührung von außen können wir uns selbst erst wahrnehmen. Spüren, wo wir anfangen und wo wir aufhören. Wir vergessen unseren Körper, wenn wir zu wenig oder gar nicht berührt werden. Wenn die Sehnsucht nach Nähe in uns lauter wird und wir alleine sind, wir niemanden haben, der uns sanft berührt, dann schmerzt es im Herzen und in unserem Körper. Unser Sein braucht die Berührung auf körperlicher und seelischer Ebene. Berührung ist der direkteste Weg der Heilung. Sie erinnert uns, dass unsere Liebe und Wärme geben und empfangen möchte. So wünsche ich mir für uns alle heilende Berührungen in Liebe.